Schwingertochter ist dabei, Essen zu kochen. Die haben, glaube ich, die Schwimmsocken dran. Und dann will sie hier was zusammenbassen. Wir haben noch ein Wienchen im Brust gefunden. Die liegt da und da macht sich Schokobrot. Ja, dann guckt sie mal, was sie so kocht. Und ich hatte mich ein bisschen hingelegt, weil ich habe ja irgendwie Schlafmangel, weil ich nicht genug schlafe. Ich habe ein bisschen geschlafen, nicht viel. Naja, dann war ich im Pool eben und der ist richtig geklort. Meine ganze Haut stinkt nach Chlor. Mal gucken, ob wir das richtig dosiert haben. Dann werde ich gleich mal gucken, wie viel da eigentlich rein muss. Nur so ein Kopfplatz. Ja. Dann habe ich Zivilkartoffeln und dann ein Patrinchen, Brust, warm. So, ich werde mal meine ganze Wäsche hier einmal aufräumen und dann ist irgendwie mein Bett dreckig geworden. Menja war heute hier drinnen. Vielleicht hat die da irgendwie dreckig gehabt. I don't know. Aber ich muss jetzt nachher meine ganze Wäsche ordnen und dafür werde ich jetzt mal meine Westen da anziehen. So, weil man mir nicht mehr alles so sieht. So. Also Plan ist wohl nach Alanya weiter. Nehme ich mal an. So sieht es jedenfalls aus. Mein Mann habe ich leider immer noch nicht erreicht, was ich relativ doof finde, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Muss ich mal gucken. Ich hatte mich ja hingelegt ein bisschen. Dann hätte ich mal das hier wieder ordnen. Die Bettwäsche wollte ich sowieso waschen, aber ich mag das gar nicht. Wenn so Flecken im Bett sind, mag ich nicht. Deswegen hätte ich mich fast schon dazu entschlossen, das einmal zu waschen. Aber das wird nicht mehr trocken. Deswegen egal. Die Sonne geht ja auch schon bald unter. Ich glaube, es ist halb sechs. Ja. Züttel nach fünf. Ich will auch die ganzen Sachen von meinem Mann jetzt hier mal wegnehmen. So, weil das brauchen wir alles nicht. Wir haben ja auch wieder mega viele Ameisen. Da werde ich einmal durchsaugen gleich. Richtig ewig. Ich hasse es. So. Die ganzen Sachen von meinem Mann kommen jetzt alle mal weg. So. Am besten hier mal auf einen Haufen. Die Strömpfe. Die Strömpfe. Ich nehme mich auch mit ein. Die kann ich vielleicht noch ein bisschen anziehen. Der ist wirklich in der Vorbereitung noch. Was ist das hier eigentlich? Ein Unterhemd. Aber was ist das von meinem Mann? Die Sachen waren. Die sind nämlich die gleichen. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut. T-Shirt von heute Nacht, Lappen, die ganzen T-Shirts kommen jetzt mal bei mir rein, dann kann ich die wieder anziehen. Das ist dreckig, das ist auch nicht an, ist alles zu eng. Das ziehe ich an, das kommt zu mir, das auch rein. Egal, ich packe erstmal alles bei meiner Hand rein. Vielleicht im Oktober nochmal auch mal diesen Wärtser. So, die ganzen Strömmelchen an, ich arbeite jetzt mit das andere Zimmer, das mit Vollsatz, das kann ich auch mit anziehen. So, alles dreckig, keine Ahnung, voller Sand. So. Das kann alles weg. Lass mal das Mast durchschlafen. So. Okay. Die ganzen Gardin-Dinger sind hier auch wieder rausgeflupscht, keine Ahnung, wann das immer passiert. Guck mal, ob ich die gleich nochmal rein kriege. Ich weiß nicht, wo meine Leiter ist. Ich muss da irgendwie so versuchen. Dann werde ich einmal Staubsaugen wieder gegen den Ameisen. so. So. Hier ist meine Tasche jetzt hier. Die riechen total nach Chlor. Ich weiß nicht, ob wir zu viel dosiert haben. Das ist echt unangenehm. Das ist echt unangenehm. Hier ist es so. Hier ist es so. Vielen Dank. Meine Enkelein ist drin. Das ist dreckig. Hier sind die Strandsachen, die wollten wir ja wechseln. Deswegen habe ich das mitgenommen. Das ziehe ich dann gleich an. Hygiene ja gleich. Dann ziehe ich das auch über das andere Kopftuch. Das hatte ich immer zum Schwimmen an. Das wollte ich anziehen, wenn ich bummle. Aber da gab es nicht zu bummeln eigentlich. Deswegen habe ich mir das bei der Lippsache gespart. Das kann ich nicht aufgewaschen werden. Das ist auch das andere Zimmer. Okay. Gut. Gut. Und wäre hier fertig. Das ist gewaschen worden. Jetzt können wir rückschauen. Na, Melira? Ja? Hast du nicht geschlafen? Nein. Nein? Nein. 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 Das Fleisch angebraten ist. Ja. Pilu und Fleisch. Und dann auch nach der Kurve. Nein. Nein. Wir gehen jetzt mal Kleider gucken für Emma. in den laden neben dem bazar da sind ja immer weil er von denen ich immer glaubte dass sie zu teuer sind aber ich gehe auch nicht gerne in so kleine läden rein ehrlich gesagt aber immer wollte ich mal gucken gerade eine nachricht vom telefon bekommen da muss ich mal gucken gleich mit berille was da steht da wollte ich auch noch mal anrufen aber die hatten gesagt das letzte mal sich da angerufen hatte bezüglich internet dass es wieder weg ist dass die abrufen würden noch einmal 100 irgendwas den letzten betrag da denke ich brauche mir da diesen monat keine sorgen machen aber anrufen muss ich auf jeden fall das ist der laden so eins hast du mir ja auch mitgebracht das ist ja was da drunter diese aussahen wie meine kosten 500 und die anderen 800 das kostet 800 das ist auch zu eng da passt du nicht rein das ist sehr durchsichtig der ist ja auch durchsichtig guck doch mal nach zwei teilen ich will nicht zwei teilen ne 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 hier sind noch kurzarm irgendwie ne hier sind noch langärmlich ja hier sind noch langärmlich ne 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 das ist doch hässlich das ist richtig schön die gibt es aber in deutschland an jeder ecke das sind ja auch die kleider die ich auf dem bazar gesehen habt sind genau die gleichen kosten hier das doppelte ich habe ja für fünf von 250 geholt aber es ist gut zu wissen dass es das hier auch gibt nein 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 mein schatz oma will auch mal gucken und die kosten halt 800 ich sehe heute früh so aus das neue kopft das habe ich ja von emma und meiner schwedertopter mitbekommen haben sie mir mitbekommen haben sie mir mitbekommen haben sie mir mitbekommen wir fahren jetzt nach Alanya und werden da ein bisschen spazieren gehen ich weiß tatsächlich nicht was die kinder da vorhaben aber ein bisschen werden wir wahrscheinlich den abend davon sehen können sehr schwül wieder und sehr drückend das kleid was sie anhatte das weiße was sie eben mit den grünen applikationen anhatte ist viel zu eng fast nicht wir haben schon die größte Nummer die ist ja auch schwanger da kommt sie in drei wochen spätestens gar nicht mehr rein noch ein bisschen besser ja und am ganzen Ende gar nicht mehr so viel gemacht ich habe versucht meinen Mann zu erreichen der ist übrigens immer noch in Istanbul gewesen der ist erst heute morgen raus aus Istanbul um 11 was mein Sohn mir erzählt hat den nämlich erreicht ich nicht oder meine Hand nein Hand Hand Hand. Ich weiß es nicht, ich will mal fragen. Können wir ja auch morgen kaufen. Lass uns das morgen kaufen. Wenn nicht, kaufen wir morgen. Wenn wir es jetzt kaufen, müssen wir zurück. Da ist noch ein Fleischer, den kannst du ja jetzt fragen. Da ist noch ein Fleischer, da kannst du ja fragen. Wie lange die aufmachen? Ja. Mal fragen, wie lange das Fleisch aufhört. Ja. 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 Ja.